Ich bin noch nicht so ganz rum mit dem Hörer. Ah, verdreht du Scheiße! Das ist immer so gefährlich, wenn man hier ausweicht. Boah, Scheiße. Oh, oh, oh! Was war das denn? Ach, du Schande. Guck mal, das ist die ganze Zeit so? Ne. So, Cobra, dann bist du der Erste, ich komme sofort zu dir in den Ring. Komm, Piccolo, und dann können wir auch direkt anfangen, die Siegesserien hier zu zählen. Smash ist auch ein richtiges Main-Game von Cobra geworden, würde ich sagen. Boah, was war das für ein geisteskranker Spike hier am Rand? GG, brother. Also, Cobra hier, der Erste auf dem Thron von Cobra daneben. Guck mal, was auch immer das für ein Move war, Cobra holt's nochmal für sich hier. Das war nice. Ich heiße Maya und bin eineinhalb Jahre alt. Genau. Gute anderthalb jetzt. Pimbor! Guten Abend! Guten Abend! Grüß dich! Der Batusab, der Erste, dem's auffällt. Der Erste, der was sagt heute, ja. Ich musste, ich musste nochmal. Max, bin du da eingerostet? GG, brother. Ja, keine Sorge, Drash. Das sind wir alle, ne? Hier gibt's noch ein paar mehr, die ein bisschen Rost gewostet haben. Also, macht dir da keine Sorgen. Pico, GG, brother. Holt sich auf jeden Fall die zwei. Die zwei. Hm, an die Bombe, zack, weg. Boah, und da geht nicht der oben weg. GG auf jeden Fall. Kein mit der drei. Wow, nicht schlecht. Nice. Das war nice. Noch einmal. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Oh man, was war da denn los? Schaffst du, komm schon. Ich hätte was draus holen können. Nein. Ach, verdammte Scheiße. Am Ende war er gut aufgedreht, auf jeden Fall. Verdammte. Aber den Pilb. Cobra könnte das durchaus noch holen. Mit aktivem Go. Hier muss er sehr aufpassen. Also... Aber ja, es ist die sieben für keinen. Ach, schande. Aber Robin, Mann. GG. Cobra kommt nah dran. Auf jeden Fall. Wow. Boah. Boah. Fangen halt so schwer rein da auch. Auf 175 steht er hier nochmal. Ja, Kein, dann guter Run auf jeden Fall. 10er Streak, schon mal nicht schlecht. Es geht an die Finger, ja, das stimmt. Dein Little Make ist etwas eingerostet. Und, äh, ja genau. Olli, mach dir auch keine Sorgen. Ihr gibt es sehr viel Rost heute Abend. Sehr viel Rost. Ja, wir haben alle gerastet und gerostet. Wenn man bei uns sagt, dann brauchen wir ein bisschen El zum Schmieren, dann ist es wieder gut. Das wird schon wieder. Keine Sorgen machen. Und da war nochmal der Powerdunk am Ende. Cobra setzt sich auf jeden Fall durch. Sehen wir jetzt etwa die nächste Terry-Winstreak hier. Cobra ist auch so durchaus ein Spieler, wenn der hinten liegt, das heißt noch nicht so viel. Cobra, Cobra. Aber ja, hier auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend auf den letzten Stocks und ja, es ist nochmal der Powerdunk, Gigi. Gigi. Ja, Bowser ganz wild unterwegs war auf jeden Fall auch schön mit uns. Der ist aber auch echt süß, das könnte ich sehen, wenn ich... Ne, so für die Süchen kann ich... Huch! Huch! Geil! Das war ja süß! Der aufgelandene B war... Ja, sie ist ja... Weit weggekommen, aber lebt noch. Mit 167. Also das ist noch nicht vorbei hier. Das war auch nochmal ein sehr, sehr starkes Swag. Und das ist der OMB und Oliboy mit 167. Huch! Wow! Das war krasser Feiss! Das war heftig! Respekt! Du hast ja kurz mal Cobra gestoppt, ey! Uiuiuiui! Doch nicht eingerostet, hm? Ja, so eingerostet scheint es dann auch nicht zu sein, also... Nee! Er hat seine... Nicht schlecht! Oh ja! Nächste Möglichkeit zum Karoßschlag, aber das Limit ist es hier nochmal. Also Pico zieht jetzt hier den Three Stock gegen Oli, Gigi! Boah! Boah! Stark, Haspray! Wow! Das war nice! Go am Start! Und das bedeutet halt einfach nochmal was anderes bei Terry. Da kommen direkt zwei Unrufs hintereinander für den Kill. Er war ja damals schon mal mit unterwegs auch. Und ja, da ist nochmal die Pfanne am Rand, aber Cobra schafft es durch eigener Kraft den ersten Stock zu verlieren. Schande! Du hast es gehört! Drash! Wann neunmal haben wir? Da war er! Leider nicht getroffen, aber er war da! Das war neuner Hammer! Und dann auf der Acht gibt es glaube ich den Freeze. Ja, ja! Cobra hier echt Schwierigkeiten wieder eine Position zu finden. Jetzt da war die Acht, wie ich gerade noch gesagt habe. Ja, die Acht macht den Freeze, ja! Also wir müssten scheinbar nur die Zahlen vorher ansagen, dann kommen sie. Ja! Neun! Und... Jo, das war der Downsmash! So schnell! Komm Pika, besuch deine kleine Stummel! Jetzt halt! Endlich Treffstimme! Yes! Da ist dann nochmal drüber gekommen, der Piko. Aber ja, das kann jetzt sehr schnell gehen. Piko auf jeden Fall mit dem Limit. Aber ja, es ist der Go-Move. Sehr sehr knapp! GG! Geiles Match wieder! Also... Hab da echt nochmal spannend gemacht. Cobra mit der Neun! Sag Hallo Liga! Hallo Liga! Hallo Liga! Hallo Liga! Hallo Liga! Wie geht's? Ähm... Ich meine, ich müsste halt irgendwie ein kleines Comeback machen, aber Cobra solide holt er sich hier die Elf. Boah! Das war stark, Oli Boy! Auf jeden Fall auch einen nice Kill gezogen! Ja, der war richtig nice! Müsst ihr jetzt halt einen ganzen Stock nochmal aufholen. Aber ja, es sind auf jeden Fall nochmal ein paar Hits hintereinander. Kann man auch schnell wechseln, ne? Nice! Das ist jetzt scheinbar sehr flott. Das ist jetzt wieder eingefroren. Pssst! Völlig spammer. Okay, was das heißt. Oh, wow! Hat er jetzt nach dem Kill aber sehr gut gemacht. Also erstmal da... Null? Ja, Andy 100% hier. Und tatsächlich den Kill gezogen. Richtig, richtig stark von Oli. Krass! Also ohne einen Hit nochmal zu kassieren. Wow! Dann musste ich Cobra nochmal zusammenreißen. Ich muss ja ein bisschen gucken, dass er da reinkommt irgendwie. Aber da gut genutzt. Als der Donner kam, ist Cobra einmal hinten durch. Und ja, das wird wohl reichen. Aber sehr, sehr schönes Game. Sehr stark auch von dir, Oli Boy. Also muss man wirklich nochmal so sagen. Voll Bock! Ja, und so kann es halt gehen, ne? Pico hat es so gut gespielt auf dem ersten Stock. Und dann kommt ihr von Cobra da zweimal die richtige Go-Kombination hintereinander. Und er zieht als Erster den Kill und lebt immer noch. So nochmal ausgeglichen. Jetzt muss er aufpassen. Und ja, das hat er sehr gut gelöst. Ich glaub, es war der... Boah, wie mutig von Pummelup. Geist ist krank. Und ja, Cobra holte sich nochmal richtig souverän da am Ende. Hat er ja gut gesagt. Geist ist krank. Ja, Ausmeister, der hat schon mal die passende Beispiele. Ja, ich hab eben auch Geist ist krank gesagt. Ja, der ist gut, oder? Super, super gedodged von Cobra. Und aber Dress hier wieder mit so vielen Prozent. Und ja, da haben wir... Oh, wow! Ich dachte fast, der lebt auch mal. Ja, ich auch. Aber ja, Cobra hier... Das ist wieder so knapp. Genauso knapp wie gegen Pummelup gerade. Geist ist krank. Ja, Cobra müsste jetzt hier echt nochmal was krasses auspacken, um stehen zu bleiben. Ja, ne Banane, hm? Ja, vielleicht auch ne Banane. Ja, vielleicht auch ne Banane. Wirst er sich mal gönnen oder so. Oh, oh! Boots, Boots! Ich hab's auf jeden Schein. Powergazer. Der tut weh. Cherry ist am dampfen. Und jetzt eingefroren. Ja, und in den Freeze rein. Aber ja, da ist Olli auch noch auf dem letzten Stock. Es bleibt spannend. Ja, da ist dann nochmal der Olli. Ah! Gut. Freeze. Boah! Ich flipp aus! Mit 138 Prozent. Ach, zum Schande. Alter, ich hab mir das irgendwie gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ein Cobra der schlemmen. Also der ist echt, das hat er extra gut nach, um das spannend zu machen. Die, die auf jeden Fall. Dass wir alle wach werden. Extra auf 138 da am Ende. Dieser Goh-Move. Reine Schaum, mein Leger auch. Eieiei. Alter. Das ist auf jeden Fall die 17. Krass. Oh! 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 Das kann doch nicht wahr sein! Der Air-Dodge war blöd. Ich hätte eigentlich noch vernünftig gehen. Das hätte er bestimmt geschafft, Mensch! Ich hätte am Ende auch einfach nicht gelebt, wenn mal die Quick Attack vernünftig gekommen wäre. Mein Gott! Das hat er nicht genutzt, um ein bisschen Limit aufzuladen. Mhm. Das hat gerade so schlau gemacht hier. Da muss ich jetzt noch gucken. Jetzt muss er echt gucken. Gut. Jetzt. Ah! Limit sehr gut gedodged von Cobra. Und da gibt's den Goh-Move. Pico lebt. Der lebt. Ja. Nächsten Goh-Move auch nochmal irgendwie gedodged. Da ist der nächste Grab. Vorsicht vor den Projektilen. Oh! Oh! Das ist jetzt so spannend hier. Oh! Und die Däsche-Tack von Pico macht es geisteskrank. Also so knapp. Oh! Lega! Hättest du mal einen 6er drauf gewettet? Lega auf jeden Fall richtig prediktet. Wir haben leider keine Wette gestartet dafür. Glückwunsch Pico! Ja, echt geisteskrankes Match am Ende. Ja, Lega hättest du mal gewettet mit. Cobra war auf dem Weg zur 20. Aber Pico schiebt da nochmal. Ganz knapp am Ende den Riegel vor. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, sehr schön. Starkes Creak von dir, Cobra. So, und dann... Nur wegen dir, Lega. Jetzt... Oh Mann! Oh Mann! Oh! GG auf jeden Fall! Der Chor kommt, meinst du, nach einer krassen Kombo? Echt? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat sich das auch nochmal geändert. Gibt's auf jeden Fall noch! Ach so! Boah! Oh, Robin! Was das stark! Also, am Ende mit 112 Prozent. Boah! Das war so stark! Oh, oh, oh! erst hier catchen lassen und dann hast du ja die Antwort gefunden. Wow, das ist zwar nice. Dann macht ihr nochmal Pico Serie kaputt. A mal Pico, also Rota auch erklären. Ja klar. Der ist ja jetzt auf unter anderthalb Stunden, was schon stark ist in dem Game. Und Lega hier stark mit Bowser. An alle Respekt heute, ihr spielt echt fabelhaft. Ich finde es echt super. Ich finde es echt klasse. Kann man auf jeden Fall so sagen. Wir müssen mal wieder fest dass wir denen einmal die Woche machen, wenn es mechern. Ja, das könnte man schon nochmal überlegen. Also jetzt kommt erstmal Diamant und Perl. Ja, einfach dienstags. Vielleicht wenn, ja war auch immer dienstags. Ja, dann bleibt es bei dienstags. Dann sind wir raus. Schönen Abend, gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.